Oh, komm schon. Genau, verdun mal in den Außenrum. Was? Du wurdest... Warum? Sehen wir uns gleich. Machen wir einen kurzen Cut. So, Rennen geschafft, ey. Ich wurde wahnsinnig. Ich musste noch zweimal versuchen, damit ich es endlich geschafft hatte. Boah. Ja, ja, ist klar. Ah. Lola mag dich jetzt. Oh. Hm. War das nicht großartig? So, kann man noch eine Quest machen, ey. Das hat mich gerade wirklich geärgert mit dem scheiß Fahrradrennen. Muss ich mal dazu sagen. Da ist wirklich ein scheiß Fahrradrennen. Mit Tastatur da rumzufuckeln, hätte ich gerne ein Gamepad gehabt. Nein. Besitzen wir für das Spiel nicht. Der ist bestimmt einfach gegangen. Der ist, glaube ich, alles einfach gegangen. Schon mittlerweile mit den ganzen Quests allgemein. Naja. Nein. Ey, der kommt auf mich zu mit dem Baseballschläger und ich soll ihm helfen. Was ist bei dem? Was haben wir denn hier? Das Mietshaus. Hey, good looking. What's up? Oh, you're so angry. But I think you've got a softer side. Haven't you caused enough trouble? That's not fair. I'm a nice girl. I'm nice to everyone. Now, everyone hates me. Look, I'm sorry. Well, okay. But now Johnny and his boys won't even speak to me. Boys can get really jealous when they find out you've been kissing another boy. It wasn't like that. I'm not like that. Okay. But I left all my things in the abandoned tenements where they hang out. My address book, my keys, my perfume, my lipstick, even my laundry. Everything. Now I've got nothing. I don't have much money. That's too bad. Maybe you could get them back for me? You want me to steal your stuff back from a bloodthirsty mob of angry greaseballs? I'd be very grateful, Jimmy. Very grateful. Spielchen, Spielchen, Spielchen. Man weiß ja nicht. So. Gehe ins Miethaus. Machen wir doch gerne. Warum nicht? Geht ja schnell. Ins Miethaus. Ist das nicht dieses Haus, was wir unser eigen nennen oder so jetzt? Mittlerweile schon. Boah, Jungs. Ey. Ihr nervt. Warum haben die Flitschen? Wie komme ich denn da hin? Ist das noch weiter dahinter? Möglicherweise, ne? Ah, scheint möglicherweise noch weiter dahinter zu sein. Bushaltestelle auf jeden Fall in der Nähe. Geht schneller. Irgendwann tut mein Finger auch gerade weh. Bis die ganze Zeit rumgetippt auf E, damit ich schneller rasen kann und jetzt noch schneller laufen kann. Oh, jetzt kriegst du das Kotzen. Guten Tag. Ah, das ist der Transistor. Der letzte. Alter. Warum? Habe ich euch nicht gesagt. Ja, Sperrstunde hier. Deine Sperrstunde ist jetzt. Und deine? Weil du hinterhältlich von der Umecke kamst. Kommt jetzt. Wenn du einen Taken größer bist, kriegst du keinen Woundhouse-Kick hier. So, Jungs. Jetzt ist Ruhe. Wer hat dir erlaubt, mir auf den Sack zu gehen? Und dir muss ich erstmal Manieren einprügeln oder was? Nächster. Hä? Ist das da hinten im Raum oder was? Scheint ja dann wohl zu sein hier drin, ne? Ja, Lolas Adressbuch. Der Rest ist oben. Oder zumindest hier ist auch noch was drin, ne? Fäuste. Machen das ganz gut, wenn die einreißen. Hier, nimm das Klo. Oh, warte mal. Dein schönes Spielzeug. Feuer. Okay, das klappt nicht. Kloppt es denn hiermit? Okay, klappt auch nicht. Hm. Warte mal, hier sind doch noch paar... Ne, es sind keine Ziegelsteine. Ich dachte. Versuch mal, was sei da oben hier. Hey, Jungs. Als Gegenüber meinen Dingen habe ich ein bisschen mehr Vorteil, oder? Voll auf den Mappel zielen. Äh, Fetty. Boah, es ist Timmy. Oh, so. Äh. Ah, nervlich. Komm her. Und beide plattmann gleichzeitig ihr dort. Hier. Machst du das hier nix. Machst du nix. Boah. Alter. Jetzt reicht's aber. Dankeschön. So, wie komm ich... Hä? 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 Okay. Hier ist noch was. Eine Beam-Cola. Was haben wir hier? Lolas Lippenstift. Das geht noch weiter hoch. Okay. Ey, Jungs. Drei gegen einen und alle mit einer Fletsche? Okay. Okay. Und den letzten nocke ich jetzt noch. Jetzt so aus. Komm schon. Du willst dich noch ernsthaft nicht mit mir anlegen? Hier nimmst du das. Und du? Wolltest du nicht frech werden, oder? Dankeschön. Witch, 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 witch. Was haben wir hier? Wäschesack. Und du? Was? Boah, Alter. Junge, ist klar. Ja, ist klar. Dafür hab ich die hier. Und du nicht. Ah, doch keine Kameras. Was macht der da? Junge. Alter. Zieh durch, was du kannst. Beam-Cola. Beam-Cola. So. Und jetzt ziehen wir mal durch hier. Wie kann ich denn hier. Sieht da was freier Hand haben? Äh, ja. Wie komm ich denn jetzt hier raus? Fragestellung. Durch die Tür? Ne, durch die Tür eher weniger. Wo geht's denn hier noch raus? Eher weniger durch die Wand noch. Ah, ne Beam-Cola. Ah, zisch. Ah, festgedrückt halten. Dann läuft es. Gut. Gut zu wissen, dass das so geht. Jetzt holen wir die Wrestling-Klamotten. Number one. Lola-Schlüssel mit einem Teddybär dran. Nehmen wir auch gleich direkt die Abkürzung hier durch. Und die Etage tiefer sollten wir auch weitermachen. Da. Was fehlt denn noch? Ich weiß es nicht da. Das Parfüm. Verlasse das Mietshaus. Auf jeden Fall gerne. Den Hammer brauch ich nicht. Verlassen und gut is. Maximale Perlchen hab ich. Oh, du. Jetzt kommt wieder das mit dem Finger rum. Wir drücken hier. Hoffentlich können wir hier lang gehen. Oh ja, Sperrstunde. Schön. Dank. Ein Viertel GG's Karten haben wir schon. Oh, muss ich mich ja richtig glücklich schätzen. Ah, da kommst du auch mit dem Skateboard kommst du ja gar nicht weit. Hund. Ich hör einen Hund. Ein Wow Wow mit einem Miau Miau. Ah, da ist noch mal. Stop flying.